Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute lade ich Sie ein, mit mir zu singen und damit zu beten. Aus dem evangelischen Gesangbuch, das Lied Nummer 3. Ein Adventslied, das selten gesungen wird, oder auch zu DDR-Zeiten selten gesungen wurde, obwohl es von Thomas Münzer ist, aus dem 16. Jahrhundert. Gott, heilige Schöpfe, alle Stern, erleucht uns, die wir sind so fern, dass wir erkennen Jesus Christ, der für uns Mensch geworden ist. Denn es ging dir zu Herzen sehr, da wir gefangen waren schwer und sollten gar des Todes sein. Drum nahm er auf sich Schuld und Pein. Da sich die Welt zum Abend warnt, der Bräutkamm Christus ward gesandt, aus seiner Mutter Kämmerlein ging er hervor als klarer Schein. Gezeigt hat er sein Großgewalt, dass er in aller Welt erschallt. Sich beugen müssen alle Knie im Himmel und auf Erden hie. Wir bitten Dich, o heiliger Christ, der Du zukünftig Richter bist, lehr uns zuvor Dein Willen tun und an dem Glauben nehmen zu. Lobpreis sei, Vater, Deiner Kraft und deinem Sohn, der allding schafft, dem heiligen Tröster auch zugleich, so hier wie dort im Himmelreich. Amen.